Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde DayZ. Ja, ich habe gerade keinen blassen Dunst, wo ich jetzt in der letzten Session bei der Folgennummer aufgehört habe. Deswegen setze ich jetzt hier einfach an. Wie ihr hier sehen könnt, ist so ein bisschen was pflücken gegangen. Wie hat er mir hier gerade alles umsortiert, der Sack? Hier eigentlich gerade so eine schöne Sortierung. Ich werde jetzt auch aufhören mit den Verschachteln aus mehreren Gründen. Wir sind auf jeden Fall mehrfach jetzt die Server einfach weggeflutscht. Und ich habe da ehrlich gesagt jetzt nicht mehr die Lust drauf. Wegen blöden Server-Reset in Anführungsstrichen. Ja, quasi den Nut zu verlieren. Das muss ja nicht sein. Wo sind wir? Ja, das ist eine sehr gute Frage. So ganz 100% kann ich es euch nicht beantworten. Was ich euch sagen kann ist, wir sind relativ weit im Norden. Nachdem in der letzten Session mit Simon Nader nicht so viel bei rumgekommen ist, dachte ich mir, wir werden dann jetzt einfach mal komplett nach Norden. Und wir geben uns einfach mal in Richtung Airfield. Und da müssten wir jetzt eigentlich quasi auch fast sein. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wie weit noch. Kann sein, dass es noch ein 5 Minuten Fußmarsch ist. Kann sein, dass wir hier noch ein 10 Minuten Fußmarsch haben. Oh, was ist eigentlich mit unserer? Nö. Ähm. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt wirklich schon nebenan sind oder nicht. Da, 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 da. Ist hier noch irgendwas? Nö. Das müssen wir halt alles echt erstmal nochmal schauen. Das kann ich jetzt alles momentan noch nicht sagen. Ich weiß halt auch gar nicht, ob sie das Airfield jetzt überhaupt, ich sag mal, angerührt haben. Aber liegt hier nichts? Doch. Was ist das? Nix. Also von daher müssen wir noch mal gucken, ob sich das da inzwischen überhaupt noch lohnt. Ja, das hätten wir uns hier auf jeden Fall sparen können. Äh, ja, jetzt habe ich mir natürlich nicht die Richtung gemerkt. Das war halt ganz schlau. So. Da lang. Mhm. Okay. Dann werden wir uns mal in die Richtung, da waren wir schon drin, gegeben. Also es kann sein, oder was heißt es kann sein, ich bin mir sogar relativ sicher, dass da vorne noch eine Stadt ist. Aber die Frames brechen wieder ein. Eine Stadt, genau. Und dann müsste quasi in die Richtung irgendwo das Airfield liegen. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ich glaube, ich vertue mich da jetzt nicht total. Jetzt haben wir mich nochmal so sicherheitshalber auf die Karte gelookt. Das hätte ich mal machen sollen. Das hätte ich mal wirklich machen sollen. Naja. Daher ist man immer schlauer. Ähm, noch ein bisschen was. Na. Futtern. Nö. Kauber. Haben wir keinen Bedarf. Was ist das? Und schon. Und schon. Haben wir alles so weit. Das war was. Krass, noch eine Kopflampe. Brauchen wir aber auch nicht. Ja. Ja, was erhoffe ich mir denn eigentlich da? Ganz ehrlich, momentan hoffe ich eigentlich nur mal ein bisschen mehr Militär-Loot. Die Hose sind ja eigentlich auch immer ganz gut. Äh, Militär-Loot im Sinne von, das ist doch schick, im Sinne von vielleicht mal eine andere Waffe. Ja, also ich wäre ja mal Fan von irgendeinem Scharfschützengewehr. Okay, wir werden uns mal schon mal drauf vorbereiten. Ein Stück Karte? Ne, auch ein Buch. Kernopener. Ja, das ist doch auch immer eine gute Sache, wir haben zwar schon zwei. Gucken wir einfach mal, wo ist der jetzt? Der ist warm, das ist nicht schlecht. Wir haben nämlich hier ein Badly Damage und ein Damage, dann haben wir den nicht weg. Was ist das unter uns? Ah, ich denke mal. Das ist doch nicht lange rumfackeln. Das ist doch noch ein, okay. Ich glaube, ich kann die Axt erst mal draußen lassen. Oh, noch eine Gasmaske. Sehr schön, und es ist nämlich schon angeditscht. Na, da. Zack. Das ist auch noch zu süffeln. Das ist noch mal eine Brille. Hm. Da. Oh, ich habe zwei. Eins. Zwei. Jupp. Gar nicht lange rumfackeln. Und noch was zu futtern. Ja, das ist eigentlich im Moment so ziemlich das Hauptding, wo ich immer noch drauf hoffe. Viel Futter. Aber ich glaube, so langsam wird man an den Punkt angekommen, wo wir auch darauf so ziemlich kackhoeren können. Oh. Oh. Irgendwie. Das ist der Hammer. Jetzt. Die war ein bisschen hartnäckig. Da ist doch bestimmt noch interessant. Die Hase sind eigentlich immer ganz viewed. Schaube. Was ist das? Ja. Eis. Auch okay. Und auch mit. Eine Banane. Das ist nice. Die stopfen wir mal gleich rein. Nom nom nom. Eigentlich immer zum Kombinieren. Nö. Ich denke mal, das können wir uns auch gleich nochmal reinpfeifen. Das Geil wäre jetzt nochmal so eine Leiche. Blutpaket und Startpaket haben wir hier. Und auch mal um ein bisschen mehr Sicht zu bekommen. Ich versuche hier schon die ganze Zeit mit Nahrung, da mal wieder was ranzuholen, aber... Da ist es doch gut. Da ist es doch gut. Da können wir auf jeden Fall gleich nochmal reinschauen. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Da wir hier wirklich scheinbar die Ersten sind. Also es liegt definitiv nicht daran, dass das Server leer ist. Das kann ich euch sagen. Ich kann es ja mal kurz zeigen, hier. Ist jetzt auch nicht überfüllt, aber... Es sind ein paar drauf. Momentan, muss ich sagen, fühle ich mich relativ sicher. Und hier sind Zombies. Hier ist Luke. Ergo war hier wohl noch keiner. Was ist das? Was ist das? Holzschreit? Totsofern. Cool. Er war noch nicht so gesehen. Huch. Ah, was zu fordern. Na ja, damit. Ich kann es eigentlich gleich noch mal den Bauch verschlagen. Aber, hm. Es ist noch so viel Stuff. Ach je. So viele Sachen, die hier noch sein. Ich bin jetzt mal gespannt. Read note. Oh, schade. Das geht im Moment auch nicht. Ähm. Oder jetzt die... Hm. Na toll. Na ja. So schlimm ist das nicht. Wir haben ja genug. Ich bin jetzt auch... Halt. Und mit den Kack. Genau. Das sind wir noch eine Wasserflasche. Den haben wir gleich mit. Na. Mit gerade ein bisschen. so ist das jetzt erst mal nichts marocke ach da ist die tun für stoße was haben wir denn hier badly badly also egal dann haben wir das Thema direkt rein unser Essen trinken haben wir jetzt erst mal genug ich glaube da brauchen wir uns jetzt nicht mehr mit aufhalten da passt auch nichts mehr rein nein also eine zweite box wäre natürlich geil das wäre wirklich geil sowas noch mal finden ist eigentlich schon mal voll war das wohl die? ok war das noch nicht ganz voll ok so so müsste leer sein genau zack was ist das? ein Stift? ne Handschellen Handschellen sind interessant haben wir aber eigentlich im Moment überhaupt keinen Platz für frische Apfel lassen wir die einfach mal weg brauchen wir nicht mehr können wir auch gleich futtern da ist ein Feierlöscher sehe ich hier noch da oben ist das? Munition müssten wir doch auch stapeln können genau mal dann schmeißen wir die mal weg weil wir die Moseln ja eigentlich gar nicht benutzen ne warum warum sammeln wir die dann eigentlich? hm jetzt mal ernsthaft wisst ihr was die Moseln-Clip schmeiße ich jetzt auch nochmal weg das sind die auch so schon haben wir wieder ein bisschen Platz das die bin ich nicht mehr da bin ich jetzt zu feil für so dann haben wir beschlossen gut also hier na 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 da so haben wir natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Platz bekommen kann ja doch nochmal hier ein bisschen lugen gehen holz das ist auch frisch das ist auch frisch da haben wir noch richtig Glück hier sind die gut? hm hm im Vergleich also Klamotten brauchen wir uns glaube ich echt keine Gedanken mehr machen wäre eigentlich ziemlich quatschig und wieder was ach wir haben hier echt gut Blutglück ist nix was ist das? ah von wegen da ist nix hm 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 warm 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 noch eine wasserflasche jetzt nur noch mal gucken schluck